bisherige E-Mail-Kommunikation auf ein Chat-Format umzumünzen, was ja genauso oft passiert, also das ist vielleicht sogar noch diese Variante A oder Variante B, die du gesagt hast, wäre Variante A mit, hey, man kann Slack auch verwenden, ja cool, dann nutzen wir Slack auch neben der Mail-Kommunikation oder Variante B wäre dann, hey cool, jetzt gibt es Slack, okay, dann machen wir alles genau so wie vorher, aber halt jetzt auf Slack und dann ist aber genau das, das Problem ist, dass bei beiden fehlt halt dieses Umdenken von ja, was ist denn das Grundproblem überhaupt also es geht ja nicht darum, dass die Menschen nicht in einem Mail-Programm schreiben wollen weil es so, weil die Listen anders aussehen und wenn du schreiben möchtest dann poppt ein neues Fenster auf und du musst quasi die E-Mail-Adresse eingeben aus dem Adressbuch und das kannst du im Chat jetzt anders machen weil dann gibt es Links, die direkt nachrichten und das ist viel toller so zu kommunizieren, also das sind ja nicht einmal die, darum geht es ja gar nicht, das sind ja nicht die Punkte, die Punkte, die man ja irgendwie überprüfen muss, das ist genau wie du es mit der Evaluation beschrieben hast man muss sich überlegen, wo sind die Kommunikationskanäle, worüber wird denn dann kommuniziert sind die zentral wichtig für alle betroffenen Personen mit denen kommuniziert wird in diesem Strang und haben wir vielleicht auch ein Knowledge Management System, wo ja auch sowas wie Slack halt sehr schön funktionieren kann, weil man das verknüpfen kann mit dem Knowledge Management System zum Beispiel, wo man dann ja wieder weiß, da geht es nicht so viel um die Kommunikation, sondern da geht es darum, dass ich vielleicht Themensammlungen habe und dort aber sofort verweise in mein Knowledge Management System ja, dann habe ich ja schon mal verstanden, dass ich da irgendwie Layer habe, die ich dann anders nutzen kann aber da muss man ja erstmal hinkommen also es bringt ja überhaupt nichts, da irgendwie sich zu freuen, dass man noch mehr Tools hat sondern der Punkt ist, dass man analysiert, wie man diese Tools vorher genutzt hat und vielleicht noch abschließend der Gedanke den, wie das so ein Deep Work Gedanke ist ist, dass ja einer der Punkte, und ich weiß gar nicht, ob er das in dem Mail Buch zum Beispiel drin hatte aber in seinem Deep Work Buch hat ja Cal ganz viel darüber geschrieben, dass es ja für konkret und anfangs Kommunikationsblöcke also wo ich tatsächlich dann mal meine Mails lesen würde oder mein Chatprogramm die sind separat geschedult in einem Timeblock das heißt seine Standardeinstellung ist dass er kein Chatprogramm offen hat und kein E-Mail Programm offen hat weil er ja Deep Work macht und dann hat er pro Tag eine Adminzeit, wo er eine Stunde ist er dann verfügbar und das ist ja auch wieder so ein Umdenken von ja tatsächlich baue ich eigentlich nicht die ganze Zeit meine Mails lesen und schauen wie der die Batch poppt mit 422, 423, 425 wo die Zahl weitergeht, sondern ich möchte ja spezifisch und explizit Kommunikation betreiben also wenn ich Probleme habe wenn es Tasks gibt die verteilt werden müssen wenn ich Absprachen mit dem Team machen muss aber sonst muss ich das ja nicht machen also dieses dieses Umdenken ist glaube ich so das größte Hindernis irgendwie wie das das lege das lit das lupe lieс diese das up